So, haben wir Erde? Nein, haben wir nicht. Egal, komm, haben wir... So... Tobi? Ja? Okay, weil du gar nichts mehr gesprochen hast. Ich habe aber keinen Bock, mit dir zu reden. Ja, das ist verständlich. Alter, wieso? Nein, ich meine, hier fand ich unnötig, dass sich die Treppe so falsch rum gedreht hat. Alter, echt unnötig. Alter, die mobben mich voll. So. Alter. Jede zweite Treppe ist falsch. Okay. Alter, ey, ganz im Herzen. Das wieso? Alter, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Wegen Treppen. Hä, was brauchst denn du? Ja, Dach. Torben. Das Dach. Was für ein Dach? Ja, von dem Gartenhaus. Alter, wie riesig du das gemacht hast. Naja. Wieso nicht? Wir haben doch genug Holz. Es sollte ein kleines Gartenhäuschen werden. Und kein... Tasten. Au. Ja, wir sind Millionäre. Alter, hätte ich das gewusst, ne? Hätte ich das gewusst. Hm? Nein, ich habe die ganze Zeit von oben so richtig schwer so gebaut. Und da haben sich die Treppen ja immer weggedreht. Alles klar. Psst. Brauche ja keiner zu wissen jetzt hier, hey. Alter, zwei Treppen zu wenig. Jetzt muss ich nochmal neue machen. Äh, hier, ich habe hier oben welche. Ah ja, die kannst du mir auch nochmal geben, weil ich brauche... Nö, die brauche ich ja auch. Wofür denn? Dann muss ich nochmal Holz... Hast du noch Holz dabei, so? Nee. Weil ich muss noch den Boden machen und noch Treppen. Nein, das war alles falsch. So. Ich würde sagen, wir machen erstmal den Boden jetzt. Aber im Gegensatz zu der Villa ist das ja noch ein kleines Häuschen. Und wenn es zu klein ist, finde ich es auch doof. Weil dann... Alter, du besserst die Creeperlöcher immer so komisch aus, Tobi. Ja, warum gutes Holz verschwenden? Hä, wie gutes Holz? Ich meine, du hättest einfach... Äh, Erde. Ja, alles klar, jetzt ist das ganze Haus sehr... Genauso wie oben. Unter dem ist auch ein Küperloch. Nee, unter dem oben ist, äh, ein Werk halt. Vom Werk. Da hast du keinen Bock, das alles gerade... Hatten wir keinen Bock, das alles gerade zu machen, weil ich ja auch den Boden mitgemacht habe. Nee, wir haben ihn ja nochmal neu gebaut, genau. Loy, hier ist eine Höhle drunter. WTF? Loy. Haha. Da haben wir schon mal ein Grundgerüst für, äh... Nee, egal. Ja? Nee, ist egal. Aber bau das mal etwas kleiner, Tom, das sieht nicht aus. Nein, ich lasse das jetzt so, ich finde das gut so. Nein, guck von hier oben, das sieht total scheiße aus, weil das genauso groß ist wie die Felder. Das sieht wirklich total scheiße aus. Ganz ehrlich, Tobi. Wer wartet, will ich jetzt sehen. Nein, Mann, das kannst du doch voll so lassen. Wenn das fertig ist, sieht das besser aus. Warte erst mal ab, ey. Oh, ja. Da war wohl wieder Skype hinüber. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, so, da sind wir wieder, wieder ein kleines Problemchen mit Skype. Ist manchmal ganz schön nervig, halt. So, jetzt erst mal hier Boden machen und aufpassen, dass ich nicht gleich in so eine Höhle reinfalle. Irgendwie kann ich meine Sounds mal lauter stellen, fällt mir gerade so auf. Nö, die sind am lauter. Okay, dann... Ah, ich hab mein Headset auch nicht richtig auf. Das war natürlich genial. Besser. Out of Falls. Das ging schnell, weil ich so viele Treppen gemacht hab. Ja, gut, dann geh ich noch mal Holz hacken. Hier, guck mal, sieht die Treppe so gut aus, also... Ja, hab ich schon gesehen, sieht sehr geil aus, aber hast du noch Holz dabei? Nein. Dann gib mir wenig... Verkleinern mal das Gartenhäuschen. Alter, nein, nicht verkleinern. Alter Torben, das ist ein Haus, ein richtiges. Nein? Das soll mein kleiner Schuppen sein. Ah, dann mach was du willst, dann mach ich das hier oben noch schöner. Hm. Wenn der Tobi wieder nicht damit... Oh, ich glaub, meine Sounds sind ganz weg von Minecraft. Naja, egal. Ja, sorry, ne? Also... Nein, das ist nicht so groß, das sieht voll geil aus, oder? Das ist ja auch noch nicht fertig, das ist ja hinterher noch geil aus. Ähm, was wollte ich denn jetzt machen? Genau, erstmal hier so richtig Bone Meal Style. Ja. Äh, Bone Meal hab ich hier dabei. Ja, gibst du mir dann gleich... Alter, wie viel Knochen wir haben. Ah, nee, Holz brauch ich. Das kannst du ja keinem erzählen. Ich hab noch vier Stacks Holz übrigens. Alter, willst du mich verarschen? Du hättest... Du hast nur so viel. Ich hab... Ja, das reicht... Das ist ja auch gut für den Boden und so schon mal. Nein, warte mit dem Boden hier. Erst muss alles zu Quas werden, weil das kann ich auf so Erde wachsen. Okay. Lohnruten haben wir auch viele schon. 28. Weißt du was? Ich mach schon mal das... Nein, das wollten wir in so einer Höhle machen. Soll ich schon mal die Höhle für die Netterwarzen und so machen? Ja, genau. Äh, aber da brauchen wir TNT. Oder? Ah, nee, wir graben uns hier einfach. Oder ich mach uns jetzt eben einen TNT-Block. Ich mach uns einen TNT-Block. Hör. Aber dann springt das irgendwo rein. Ja, wie viel Schwarzpulver brauch ich denn dafür? Fünf, ne? Oder nee, warte. Nein, nein, warte. Ja, warte noch. Ich hab den perfekten Ort. Komm mal hier raus. Ja, aber ich mach hier TNT, ne? Nein, mach keinen TNT. Wir brauchen das nicht. Mann, ich will aber. Boah, Tom, wir brauchen das nicht. Komm mal her. Ich hab den Geist. Ja, was ist denn? Da, äh, was, äh, wo willst denn du? Was ist denn du? Ja, ich bin hinter dir. Hier. Hier unter dem Felsbarm. Nein. Also hier, nein? Ja, mit TNT. Ja, von mir. Kraft, Kraft, Kraft. Du gehst hier schon an den Ort da früher, ja? Ja. Kraften, 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 Kraften. Okay, das muss denn das letzte Loch da haben. Ich glaube, ich glaube, ich habe gerade viel zu wenig davon, oder? Nein, hab ich gar nicht, wenn das so richtig ist. Ne, hab ich nicht. TNT, Mami! Aber ich brauch hier noch ein Feuerzeug. Das hab ich ja schon oben. Das erste Mal, dass ich im, äh, Survival mit TNT sprenge. Also, so gewollt, ne? Ja, aber Glück, das ist kein TNT. Nein, ja, ja. Schon klar. Warte, ich möchte aber bei der Sprengung dabei sein. Ja, klar, kann's ja tun. Spreng Mais. Ja, warte, ich hole eben das Feuerzeug von oben. Feuerzeug, hier nicht, aber ich hab dich doch... Da bist du ja. Sehr geil. So, die können wir hier reintun, ne? Okay, Moment. Guck mal, Dobi. Guck mal, was ich in der Hand halte. Da rein. Aber lass mich erst überprüfen, ob du das richtig setzt. Setzt. Ne, halt. Das muss da oben. Ja, dann geh mal weg da. Da. Warte. Ja, ist richtig. Sprengmeister Torben, ich muss mal hier ein bisschen zurück. Es geht los, es geht los. Pass auf, das brennt. Nein, das brennt nicht. Doch, also das fängt jetzt an zu brennen. Geh da weg, Mann. Oh, du Idiot, du hast den Block nicht angezündet, du hast. Alter, Tobi, hast du mich erschreckt, okay. Geh mal weg, geh mal weg. Du musst den Block anzündet. Ja, hab ich doch. Ich hab da draufgeklickt. LOL, scheiße, geh weg, geh weg. Dann hab ich nicht richtig getroffen. Okay. Das war ja nicht so heftig. Ha. Ein kleiner Raum. Ich glaub, du könntest nochmal zwei TNT machen. Ja, okay, geht klar. In der Zeit brauche ich hier mal das Haus ein bisschen. LOL, vor unserem Haus steht ein Creeper. Okay, das verlangt nach dem Bogen. Ey, Zombie, geh mal weg da. Ich bin jetzt beim... Alter, mach doch mein Schwert kaputt hier. Guck mal. Du bist verbrannt, Alter. Find ich nicht geil. So, und jetzt hier. Äh, Creeper hinter dir. Hinter dir, lauf, lauf. Alter, du musst auch die Richtung mal genauer sagen. Was soll ich nur noch außer... Alter, das Gelächte schießt du so gut für. Schwör? Und nicht. Ja, und nicht. Wo ist denn jetzt der Creeper hin? Ich will dich immer treffen. Alter, da ist er, okay. Aufpassen, Torben. So, komm her, Creeperchen. Jetzt schieße ich dich mit dem Bogen weg. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Soll. Was ist los? Okay. Bessern wir den Scheiß hier mal wieder aus. Ich dachte, du willst mich verarschen, man. Da hat sich... Ich hab mich umgedreht und hinter mir war keiner. Aber der kam so... Ja, ich dachte, du siehst den. Ja, der kam so seitlich eher. Also seitlich von hinten. Weil ich hab mich gerade umgedreht und auf die Treppe geguckt. Aber hinter mir war keiner. Und dann... Macht der Torben TNT, TNT... Gefällt mir. Wir können ja noch genug Schwarzpulver jagen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jetzt haben wir genug TNT. Und jetzt holen wir uns noch ein bisschen Sand. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Einem und weniger brauchen wir eigentlich, aber egal. So. So. Okay, das mit dem Schwarzpulver passt schon mal. Und jetzt kommt der Sand da rein. Und TNT, Mami, zwei Blöcke. Aber die zünden wir einzeln, sonst werden die so weggeschleudert manchmal. Ja. Und dann kann das zu unkontrollierten Sprengungen kommen. Okay, ich hab die Lücken schon geschaffen. Eines links und eines rechts. Ich sprengst erst die rechte. Ja, da. Wieder in die... Warte, ich guck erst. Moment, äh, mach den noch mal weg. Das war auch nicht allzu schwer, den... Ja, das war nicht allzu schwer, die Lücke zu finden. Also, geh weg. Geh schon mal raus, sag ich dir. Okay, geht los. Oh, der brennt direkt. Ja, ach. Weg ist er. Ja, das ist doch gut. Und wo soll ich jetzt noch ein zünden? Hier. Hm? Hinter dir. Äh, also da. Ah, okay. Lo, aber... Da hinten? Ja. Okay, dann geht los. Jetzt. Wollen wir nicht. Und du hast Damage bekommen? Ja, ein halbes Herz. Ja, okay, den Rest mach ich mir mit der Hand. Erstmal ausleuchten. Hm. Ja, das erste Mal, dass ich richtig so mit TNT gesprengt habe. Ja, das hast du... Musste auch mal... Musste auch mal... Musste man auch mal machen. Alter, wie besser hast du Creeperlöcher aus? Ich hab da... Ich hatte nicht mehr genug Erde dabei. Äh, Torden? Ja? Das leckt bei mir, also es kann sein, dass gleich wieder Skype abschmiert. Ja. Dann bereite ich mich drauf vor. Also, falls es abschmieren sollte. Ah, jetzt wieder drauf. Ja, okay. Ähm, ähm, ähm... Zehn Minuten sind jetzt um, ne? Nein, ich will jetzt aber das hier noch zu Ende machen. Nee, komm, wenn wir um sind, dann haben wir... Haben wir doch versprochen. Ja, aber ich möchte jetzt das hier noch zu Ende machen. Ich möchte eben den Raum schaffen. Weil ich... Ja, solange mach du das Haus da weiter, was du machen wolltest da dran. Hm. Was ich eigentlich nicht verstehe. Lol. Tobi, guck mal, baust du da mal so ein Kies ab und setze mal davor hier an der Seite? Kommt das nämlich raus. Nee. Ah, dann mach ich das halt. Ah, da ist ein Creeper in unserem Haus. Wie, in unserem Haus? Ja. In unserem richtigen Haus? Krasse Aktion. Lol. Ja, das hätte ich vielleicht bedenken sollen. Ich brauche zwei Kies. Okay, der ist auf jeden Fall gut. Mit Bogen oder mit Schwert? Hm. Mit Bogen... Äh, Bogen und Schwert. Ah, okay. Zwei Schüsse Bogen und ein Schlagschwert. Nee, drei Schüsse Bogen. Wie, dann ist er doch tot. Nee, ich hatte ihn auch verloren. Ach so. Okay, ich hab jetzt hier erstmal, guck mal. Also, geh mal da rein kurz. Ich weiß nicht, wie du das da machen wolltest. Wir brauchen ja hinterher auch mehrere... Was? Hinterher brauchen wir auch mehrere Abteile, so. Für ein Netaportal und so. Ah. Also, hier ist erstmal so Seelensand. Und, ähm... Was brauchen wir noch? Äh, natürlich hier... Unsere kleinen Warzen. Okay. Früher dachte ich immer, die wachsen in der normalen Welt nicht, aber tun sie ja. Finde ich ganz gut. Hm. So, dann hier einmal und dort. Ah, hier geht's auch raus. Das ist ja ganz und ganz und lustig. Dort. 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 Und dort. So. Der Hang ist schon mal ein bisschen hier mit Füllen gepflanzt. Ja, ist doch gut. Ich weiß. Fackeln. Ähm. Ich bin dafür, dass wir es hinterher auch mit... Mit La... Mit Lava... Loll! Alter, Tobi, hier ist so eine unterirdische Scheiße. Ja, so ein unterirdischer See und eine Höhle. Okay. Oh, sorry. Alter, ich hab mich so erschreckt, Junge. Ich hab mir überlegt, dass wir dann so, weißt du, so Gang-Style und hinterher können wir das ja noch größer machen, wenn wir mal Lust haben. Ja, da bauen wir noch etwas anders hinterher. Ja, ja, aber erst mal nur so, damit wir so ein paar Netawarzen hier haben vergessen. Jetzt hab ich Storm nicht dabei. Ja. Ja. So gut. Ups. Okay, und dann hab ich auch schon die Netawarzis dabei. Wachset, wachset, wachset jetzt! Ich will euch wachsen sehen. Okay, das reicht nicht ganz, aber wir haben immerhin etwas. Komm, wir wollen jetzt aufhören. Ja, so. Okay. Wenn wir jetzt ein dringendes Problem haben, was es zu beheben ist, melden wir uns gar nicht mehr wieder. Nein. Ähm. Deswegen ist das jetzt hier nur so kurz, ähm, wenn wir eben noch ein dringendes Problem haben. Und dann, ähm, wir werden hoffentlich in der nächsten Aufnahme dann eben der Ben mitmachen. Oder in dem nächsten Ten. Hm, ja. Also, äh, weil der hat gerade Probleme mit Minecraft und so. Keine Ahnung, müsst ihr ihn mal fragen. Ja, wenn der, wenn, wenn der mitmacht halt. Scheiße. Jetzt kannst du jetzt vergessen, jetzt baue ich den noch mit der Hand ab. Ich baue einen Stein in der Aufnahme mit der Hand ab. Gleich haben wir es. Okay, geschafft. So. Na, hier können wir dann das Portal hinbauen, so schön in die Wand direkt. Das kann man so machen, glaube ich. Oh, die ersten sind schon gewachsen, groß geworden. Ja, fein. Das ist jetzt erstmal egal. Ne, die ernte ich jetzt. Oh, lol, die hat nur einige. Oh, pardon. Die war noch nicht groß genug. Okay, dann sehen wir uns dann in der nächsten Aufnahme-Session bis dann, ne? Ja, ich wäre, ich finde dafür, dass wir eben hochrennen. Ja, kannst mal gucken, Tobi. Ich habe da hinten schon auch so einen Raum für, äh, also so ein kleines Teil für Neta-Portal gemacht. Guck mal. Ey. Ja, ja, lass das, lass das. Guck mal, da, siehst du? Hier, da kann man das so direkt in die Wand bauen und dann kann man da einfach reingehen und... Ja, nice. Ja, das werden wir hier noch anders bauen. Ja, ja. Ja, ja. Mit Gitar-Steinen und so hier hinten, dann Baustand, alles noch. Mhm. Alles fühlt richtig nice aus, sehen, das verspreche ich euch. Ich auch. Ja, Simon. Ach, und wir können direkt nochmal so ein Schild dahin klatschen oder ich mach mir jetzt noch schnell ein Eisenschwert. Nein, das merken wir. Ja. Ja. Ja, dann merken wir uns, Torben. Ja, ja. Ja, komm, wir hören jetzt auf. Ja, ja. Ja, ja. Alter, Tobi, du Nigger. Gib mir wenigstens... Ah, ich hab mein Eisen, okay. Boah, dann renne ich jetzt halt runter, Tobi. Wenn du mir den nochmal kaputt machst. Alles klar. Alles klar, jetzt renne ich runter. Du verzögerst es nur noch mehr. Ah. Leute, ich komme nicht durch die Tür. Alter, du willst jetzt unten auch noch abbauen, du kleiner... Komm schon! Nein, ich bin schon fertig! Ich bin schon fertig, Tobi. Nein! Alter, ich wollte gerade draufklicken, du Homo. Jetzt hast du die Sticky. Nee, ich hab so... Nein, Junge, jetzt komm, hör auf! Hm, da mach ich mal als Selbst ein. Okay, komm. Ja, klatschen da unten wieder hin, wo er stand. Nee, der kommt jetzt hier rein. Ja, okay. Ja, komm, jetzt mach. Ja, ich bin ja schon dabei. Kannst du mir eins mitmachen, Torben? Ja, nö, mach ich nicht. Das kannst du jetzt alleine tun. Alter, hör auf. Dann komm mal kurz her! Ich schmeiß das hier auf den Boden. Das liegt da. Ja, ich komm nicht mehr. Dann bleib dir zu oben. Dann hast du Eisen verschwendet. Ja, dann musst du Pech haben, so. Ich mach mir hier oben jetzt eins, ne? Nein, ich bring das mit. Ich will nicht, dass du noch mehr Eisen verschwendest. Rohes Hühnchen, scheiß auf dich. Haben wir eh genug. Ich bring dir das. Boom, 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 boom. Boatadamabuba. Hier. Da. Okay, und wir sagen dann, äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und, äh, sollen wir danach, falls das nicht klappt, sollen wir danach noch, äh, soll ich die Aufnahme... Soll ich die Aufnahme erstmal nur anhalten oder direkt beenden, Gams? Ähm, halt erstmal noch an. Okay. Vielleicht kann er dann ja mitmachen. Ja, und, wenn es nicht klappen sollte, sollten wir danach dann nochmal versuchen, oder? Nee, dann noch nicht. Ja, okay. Also, ich halte die Aufnahme erstmal an. Vielleicht noch bis gleich. Warte, komm mal hier nach oben. Hier, ein schöner Aufblick aus dem Fenster. Auf unsere schönen neue Terrassenteile. So, dann bis zum nächsten Mal. Warte, ich seh das doch gar nicht. Bis gleich. Bis dann. Ciao, ciao. Äh, nein, noch nicht. Ciao, ciao. Ja, jetzt erst. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.